Oh jeder, was geht ab Leitung hier. Erster Latios Rit. Schauen wir mal. Mehr Leute als erwartet. Okay. Wollt euch eigentlich zeigen, dass man echt nur wenige Leute braucht. Weil dann sind es noch mehr geworden. Ja doch. 2 mit 2 kommt ja. Passt schon. Schreibt noch den Kumpage, ob ihr schon einen gemacht habt. Und wenn ja, wie gut der ist. 2.082, wenn ich mich richtig ändere. Was kann der? Dragonclone. Okay. Ja. So. Dragon on Dragon Action. Gache, was ist Gache. Ich hab recht die Hälfte geschafft. Ich hab recht die Hälfte geschafft. Ich werd sterben. Nein! Granvol. 100er. Max. Zeig was du kannst. So, sieben Sonnebogen, das ist immerhin. So, schauen wir mal, wie der Pfeiffer so fliegt. Okay. Easy. Easy. Muss nur noch drin bleiben. Easy. So, sieben Sonnebogen. 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 So, ich bin gerade zurück gekommen. Ich habe einen Nocchan Raid endlich gemacht. Das seht ihr aber nicht heute in der Folge, sondern irgendwann demnächst. Jetzt mache ich erstmal... Uff, hier ist nicht richtig. Jetzt zeige ich erstmal meinen Zapdos für heute. Gestern meinen ersten Latios gemacht. Warte, wo? Hier. Nix besonderes. Wieder 20 Pokébälle. Ich habe noch nie was anderes bekommen als Pokébälle. Latios gefangen. Schlechter Wurf. Drin geblieben. Die anderen Wurfel. Exzellent und so. Nicht drin geblieben. So wie immer natürlich. War schwächer. Denke ich mal. Konnte sie jetzt nicht so behaupten, weil wir echt eine Menge Leute waren. Der Hype ist echt am ersten Tag immer echt krass. Da machen immer so viele Leute mit. Auf jeden Fall. Fliegt, bewegt er sich ungefähr so wie Latios. Äh, ich meine Latias. Werfen. Wenn man sich an Latias gewöhnt hat, ist es bei Latios auch kein Problem. 2046 hatte ich. 2082 100%. Leider nicht bekommen. Leider keinen guten bekommen. Aber. Jetzt geht es los. Der Monat ist noch früh. Schauen wir mal, ob ich hier mehr Glück gehabt als bei Latias. Jetzt fangen wir erstmal Zapdos. Vielleicht habe ich da auch mal berückt. Oh, 1411. Oh, 1411 ist nicht schlecht. Wie viel war? 114? 17 oder so. Warte mal. Ah, ne. 1427. Ja. Besser, glaube ich, als die, die ich hatte. Aber. Jetzt auch nicht der Überknaller. Ich bin mal gespannt, wie viel der hat. Wir werden es gleich sehen. Hm. Ah, schade. Ich dachte 1417. 1411 bei 27. Ja. 93 vielleicht. Was aber mein bester wäre. Hm. Ah. Wir haben ja zum Glück genug Bären und Bölle. Ah, exzellent. Ah, komm. Ah, komm. So. Bleib drin, ich will die Ivy checken. Ah, komm. Nein. Das kann jetzt auch eine Weile dauern. Ich frage mich, was eigentlich effektiver ist. ein Hyperball oder ein Primärball. Hup. Okay. Das war. Das war ein schlechter Wurf. Aber es reicht. Immer bei den schlechten Würfen. Immer bei den schlechten Würfen. So. Auch noch was für Quest erledigt. Bester Satz. KP. Aaaaah. Muss mal schauen, was meine besten sind bisher. Weil. Zaptus habe ich bisher eigentlich nicht so gute. Moment. Zaptus. 1879. 1902 war 100. Warte mal. Ich glaube, das ist wahrscheinlich genau dasselbe. Naja. Auf jeden Fall. Ich habe ohnehin kommen Tage. Wie gut. Eherzob das war. Und zum Schluss habe ich noch. Ein neues Shiny. Endlich habe ich ein von den zwei gefangen. Und zwar Mediti. Lende ich hier auch nochmal ein. Nochmal Kohita wäre geil. Um das die Welt abzuschließen. Aber. Das war es erstmal. Für heute. 1. Latios Raid. Zaptus gefangen. Neues Shiny. Schreibt unten in die Kommentare. Wie gut euer Latios war. Ob ihr schon ein Shiny habt. Ob ihr schon eins von den zwei neuen Shinies habt. Und. Wie gut euer Zaptus war. Alles unten in die Kommentare. Das war es von mir. Wie immer liken. Subscriben. Kommentieren. Checkt die Ahnung wie es ab. Folgt mir auf Instagram. Facebook. Twitter. Checkt die Shop ab. Vergesst nicht. Pokemon serious business.